Die dritte Forelle, die Dennis heute fängt. Unglaublich. Wahnsinnschnitt. Eine braune Fliege, sagst du? Meine Güte. Gar nicht mal so weit hinten, oder? Ich meine hinten gebissen. Was waren das, zehn Meter vielleicht? Meine Güte. Eintelwenz, Mann. Ohne Küche ist mal ein bisschen blöd. Wollen wir die mitnehmen? Ja, nehm mal mit. Und Tschüss. Ohne, erzähl das nicht. Hinter dir ist noch der Fisch. Oh Mann, ey. Das ist echt eine Szene. Das glaub ich jetzt nicht. Das glaub ich auch nicht. Das glaub ich nicht. Wo kommt denn der Fisch jetzt? Hier vorne zu mir? Nee, 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 ey. Meine Güte. Geile Story. Ist durch die Beine durch.